Dispersion. Dispersion heißt zunächst einmal Zerstreuung. Das lateinische Wort dispersio heißt Zerstreuung und kommt vom Verb dispergere, verteilen, ausbreiten und zerstreuen. Dispersion kann also allgemein eine feine Verteilung sein, eine Zerstreuung. Es gibt zum Beispiel in Physik die Dispersion. Das ist die Abhängigkeit von Welleneigenschaften, von der Wellenlänge. So gibt es zum Beispiel die Dispersion der Wasserwellen an der Oberfläche eines Mediums. Es gibt auch in der Astronomie die Geschwindigkeitsdispersion. Am bekanntesten ist Dispersion als ein heterogenes Gemenge aus mindestens zwei Stoffen. Dispersion kann also eine Menge von feinst verteilten Stoffen in einem Dispersionsmittel sein. Es gibt gasförmige, flüssige oder feste Dispersionsmittel und darin sind dann Dispersionsstoffe enthalten. Man kann zum Beispiel auch von Aerosolen sprechen, wenn also zum Beispiel Nebel oder Rauch da sind. Es gibt auch zum Beispiel die Dispersion von Meerwasser-Aerosolen in der Luft, die als gesund gelten. Es gibt auch Dispersionsmittel, die in der Chemie verwendet werden und so gibt es unterschiedliche Dispersionen, das heißt also feinst verteilte Stoffe in einem Medium.